Hallo und Willkommen zu einem neuen Part von League of Noobs. Heute spielen wir ein 1 gegen 1 gegen Chris. Ich hab AP Runen, egal. Und wir sollen sehen, wer gewinnt. Ich hab AP Runen. Das soll dann natürlich ich sein. Eindeutig. Ich hab noch immer AP Runen zustande. Also die Regeln lauten, wer entweder zuerst 100 Klasalen hat, den ersten Tee bekommt, oder den ersten auf den Daumen kriegt. So werden mögliche Heizigen ganz ausgetan. Passt. So, das war ein ganz kurzer Part. Okay, das haben wir eigentlich nicht vorgehabt. Aber ich hoffe, euch hat der kurze Part gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Passt.